Musik Jagdpassion In diesem Film treffen wir einen Jäger, der sich seinem Sport vollkommen verschrieben hat. Franz Marker hat annähernd 100.000 Stück Wild erlegt. Er ist mit der Flinte genauso passioniert wie mit der Büchse, aber sein Hauptinteresse liegt auf der Wasserwildjagd. Während eines langen Lebens hat er mehr erlebt als die meisten Menschen. Wir erfahren etwas über eine Expedition auf Moschusochsen in Grönland und er nimmt uns mit auf Jagden in Dänemark und Irland und auf eine Drückjagd in Polen. Musik 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 Musik